Musik Treibhauserde, wer ist betroffen, wer muss handeln? Im Gespräch der Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber. Professor Schellenhuber, wenn es gut geht, sind wir bei den 40 Jahren, so rund um 2050 noch am Leben. Wenn wir so weitermachen mit den CO2-Emissionen wie jetzt, wie sieht die Erde dann aus? Wenn wir noch gucken können, was sehen wir dann, was erleben wir dann? Es hängt natürlich ganz anscheinend davon ab, ob der Mensch versucht, den Klimawandel jetzt zu bremsen oder ob er alles so laufen lässt, wie es im Augenblick läuft. Wenn wir, wie man so schön sagt, Business as usual machen, also weiter so, nicht nur Deutschland, sondern Welt, dann werden wir 2050 wahrscheinlich noch mal eine Erwärmung um zwei Grad bekommen. Das heißt, seit der Industriellen Revolution wäre es dann eine Erwärmung im globalen Durchschnitt um etwa drei Grad. Und das ist ungefähr die Mitte zwischen einer Eiszeit und einer Warmzeit, die wir in einer warmen Phase noch mal drauflegen. Das würde ja für Deutschland nicht unbedingt was Negatives bedeuten, ein bisschen wärmer. Ja, das ist die landläufige Meinung. Also global drei Grad bedeutet, je weiter Sie vom Äquator weggehen, eine deutlich verstärkte Zunahme der Temperatur. Drei Grad global kann in Finnland sieben Grad bedeuten im Durchschnitt. Aber auch in Deutschland wären es sicherlich fünf Grad Erwärmung. Fünf Grad Erwärmung im Jahresdurchschnitt bedeutet, dass Hitzewellen, also Extreme im Sommer, um zehn Grad höher ausfallen können. Das heißt, ein heißer Sommer in Deutschland könnte dann nicht irgendwie Temperaturen von 38 Grad haben, sondern möglicherweise von 45 Grad. Und wenn Sie das so übersetzen, dann beginnt es langsam ungemütlicher zu werden. Wenn wir es global betrachten, wen trifft es am härtesten? Ja, da ist die Antwort ganz eindeutig. Die Ironie, die bittere Ironie der Geschichte des Klimawandels ist, dass fast all die Länder, die jetzt im Wesentlichen beitragen zur globalen Erwärmung, die also die Hauptemittenten von Treibhausgasen sind, das sind gerade die Länder, die die Folgen am wenigsten zu spüren bekommen, nun umgekehrt. Wir haben gerade an unserem Institut für eine Studie der Vereinten Nationen eine Weltkarte der Klimaverwundbarkeit angefertigt. Und da sehen Sie, dass die Welt in zwei große Gruppen von Ländern zerfällt. Diejenigen, die den Wandel verursachen und diejenigen, die davon betroffen sein werden. Und das ist eine geostrategische Situation, eine geostrategische Bedrohung, diese Gerechtigkeitslücke, wenn Sie so wollen, die in einer ohnehin explosiven Welt für zusätzlichen Sprengstoff sorgen wird. Und das ist ein Problem, diese Gerechtigkeitslücke, die mir persönlich sehr große Sorgen macht. Aber das ist ja nun nicht so sensationell neu. Woran liegt das, dass das im Moment Konjunktur auch in der Politik hat? Es ist so, dass wir im Grunde genommen jetzt erst in der Lage sind zu sehen, welche globalen Prozesse, auch welche globalen Koalitionen geschmiedet werden müssen, um dieser Herausforderung zu begegnen. Es gab einen ganz wichtigen Report von Sir Nicola Stern, der die ökonomische Analyse, Kosten und Nutzen des Klimaschutzes gegeneinander abgewogen hat. Das hat in Großbritannien großes Aufsehen erregt. Wir haben eine Reihe von Naturkatastrophen gehabt. Katrina, der Sturm Kirill dagegen war nur ein laues Lüftchen. Aber es kommen einfach sehr viele Faktoren zusammen, die jetzt plötzlich ein deutliches Bild ergeben. Dieses Bild wird sichtbar, es drängt sich geradezu auf. Und ich spüre, dass nicht nur die Politiker und die Bürger auf der Straße, sondern eben auch die Chefs von großen Unternehmen jetzt einfach nervös werden. Nervös werden deswegen, weil sie auch wirtschaftliche Folgen befürchten? Sicherlich. Es sind vor allem die Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften. Und das ist eine Branche, die viele Milliarden Euro im Jahr umwälzt. Und wenn wir eine deutlich verstärkte Serie von Naturkatastrophen, ausgelöst durch den Klimawandel in Deutschland, bekommen sollten, dann werden bestimmte Branchen nicht mehr versicherbar sein. Und damit bricht dann auch das Rückversicherungsgeschäft zusammen. Hier geht es um sehr, sehr viel Geld. Und das sind natürlich die Unternehmen, die an der Spitze des Klimaschutzes mit zu marschieren versuchen. Aber es ist auch so, dass jetzt diejenigen Branchen, die es zu überzeugen gilt, Mineralölgesellschaften, Elektrizitätsriesen und dergleichen, dass die spüren erstens, dass sie in 20 Jahren nicht mehr genauso werden wirtschaften können wie heute. Das wird die Öffentlichkeit, das wird die Politik nicht akzeptieren. Sie erkennen aber auch, dass sie viel an Emissionen einsparen könnten und dabei sogar noch Gewinn machen. Sie sind ja Berater der Bundeskanzlerin. Wie läuft das eigentlich ab, so eine Beratung? Bringen Sie unaufgefordert Vorschläge an oder werden Sie gefragt, so ganz praktisch, werden Sie angerufen und... Ganz genau werde ich es Ihnen nicht erzählen. Das ist also nichts für die Öffentlichkeit. Aber ich würde ein vages Sowohl-als-als-Auch-Antwort geben in diesem Fall. Es gibt genügend Prozesse, Vorgänge, wo ein Austausch von Informationen geschieht. Was raten Sie ihr denn jetzt als EU-Ratsvorsitzende und als Vorsitzende von G8 in diesem Jahr? Also die alles überragende Botschaft ist es, die 2-Grad-Linie zu halten. Das hört sich erstmal sehr abstrakt an. Es gibt ja das Ziel der Europäischen Union, dass die globale Erwärmung gegenüber vorindustriellem Niveau auf 2 Grad Celsius zu begrenzen sei. Und ich denke, es kommt der Bundeskanzlerin hier eine ganz wesentliche Rolle zu. Europa muss am Ende dieses Jahres, sprich in Bali, wenn die nächste Konferenz zur Klima-Rahmen-Konvention stattfinden wird, Europa wird am Ende dieses Jahres mit einer Stimme sprechen müssen. Wobei das ist ja erst die halbe Miete, also wenn Europa mit einer Stimme spricht und sich an die Spitze stellt, so wie Sie eben gesagt haben. Die eigentlichen Leidtragenden sind ja die Schwellenländer und die natürlich aber auf der anderen Seite auch sagen können, die Industrienationen haben bislang ihre Riesenprofite auch darüber gemacht, dass sie halt das Klima verschmutzt haben. Warum dürfen wir das nicht jetzt auch? Es gibt eben zwei Gründe. Der erste Grund ist in der Tat der, dass nicht heute, aber Sie haben 2050 angesprochen, aller spätestens 2050, werden diese Länder massiv betroffen sein von den Folgen der globalen Erwärmung. Und dann werden die Gewinne, die man jetzt erzielt mit fossilen Brennstoffen, die werden ganz schnell aufgefressen werden durch die negativen Auswirkungen. Das zweite aber, und da kommt Europa ins Spiel, diese Länder, diesen Ländern muss vorgelebt werden, vorgewirtschaftet werden, dass man Wohlstandszuwächse auch in Zukunft erziehen kann, ohne massiver fossile Energieträger zu setzen. Mit anderen Worten, Europa muss sich nicht nur an die Spitze stellen des Klimaschutzes, in dem man wohlklingende Forderungen stellt, sondern Europa muss letztendlich vorleben, wie die dritte industrielle Revolution durchzuführen ist. Und die dritte industrielle Revolution geht mit der, ich sage es mal so wissenschaftlich, Dekarbonisierung der Gesellschaft einher. Wir müssen diese Gesellschaft letztendlich zu einer Null-Kohlenstoff-Emissions-Gesellschaft umwandeln. Was würden Sie unseren Zuschauern, egal auf der Welt, wo Sie sind, sagen, was ist das, was jeder jetzt so gleich machen kann? Vielleicht generell sollte man sagen, der Einzelne, das hört sich immer so hilflos an, der Einzelne kann eigentlich nichts tun, aber es ist genau umgekehrt. Jeder Einzelne ist ein Wähler und jeder Einzelne ist ein Konsument. Und die großen Unternehmen werden all das tun, was Kunde König am Schluss verlangt. Das heißt, die Macht des Konsumenten zu entdecken und dafür zu sorgen, dass die Präferenzen, die wir ausdrücken als Konsumenten, dass die auch ankommen in den großen Unternehmensetagen, das wäre eigentlich das, was wir auf jeden Fall jetzt angehen müssen. Professor Schellenhuber, vielen Dank für diese Einsichten.